Ich weiß nicht, ob ich das so lustig finde. Ich sehe, na, okay, es ist mal wieder das Thema. Es ist mal wieder Zeit für so ein Video, meine Freunde. Schuyokermann, KuchenTV, Klagewelle droht. Tobias Huch berichtet vor dem, was weiß ich, Parlamentsgebäude heute aus dem Außenbereich. Sigga Greenscreen hier am Start. Bin gespannt, was kommt. Puh, 33 Grad im Schatten bei mir unterm Dach, wo ich aufnehme. Da ist es noch ein wenig wärmer, wenn ich jetzt auf das Thermometer schaue. Aber auch bei YouTube und bei Twitch in Deutschland. Da geht es heiß her. Schuyoka vs. Skurrus vs. Schuyoka. Der Streit, wo auch KuchenTV mitmischt. Und jetzt hat Schuyoka KuchenTV abgemahnt. Er hat hier die Credits fürs Foto gemacht. Bruder, nimm doch einfach irgendein Foto und mach hier einen Blur drüber. Und dann let's go. Aber eigentlich machst du es ja eh so richtig so. Aber halt einfach für ein... Ja, okay. Die ja erst, das sei so eine Fake-Abmahnung. Er wird verarscht, denn ich habe das Ding hier. Ich kann es immer noch nicht glauben. Aber es ist eine echte Abmahnung. Er hat die Abmahnung. Es ist bestätigt. Die Anwälte sind noch gar nicht mal schlecht. Darfst du das machen? Die haben einen sehr, sehr guten Ruf in ihrem Fachbereich. Nein, es sind keine ADAC-Verkehrsrechtsanwälte oder Familienrechtsanwälte. Das sind schon spezialisierte Anwälte auf so Datenschutz, IT-Recht und... Datenschutz. Ja, ich habe hier die Abmahnung. Wie heißt es hier? Intellectual Property. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie man so etwas rausschicken kann. Denn es hat einfach keine Chance. LeFloid hat jetzt auch gerade darüber ein kurzes Video gemacht und war so nett, mich zu erwähnen. Grüße gehen an der Stelle raus. Danke für die Props. Aha. Deswegen muss ich jetzt auch mal klarstellen, dass diese Abmahnung leider echt ist. Und wir schauen sie uns mal in aller Ruhe an. Schauen wir uns jetzt mal an. Also, Gegenstand des Schreibens steht hier drinnen. Sind die Äußerungen von KuchenTV, die er in seinen diversen Cake-News-Formaten von sich gegeben hat. Cake-News? Do you mean Fake-News? Spassbar sein. Die Äußerungen, die ich jetzt nicht so als problematisch angesehen habe. Auch süßes Bärchenhemd, was er hier am Rocken ist. Schön dokumentiert. Auch mit Atomzeit, also auch gerichtsverwertbar. Und es geht jetzt erstmal konkret um fünf Aussagen, die er nicht mehr treffen soll, bzw. die ihm verboten werden sollen. Aussage 1. Unsere Mandantin sei eine absolut toxische Person. Dann, die keine andere Meinung zulässt. Drittens, die in ihren Streams sehr oft superhetzend ist. Viertens, die Rufmord betreibt. Und fünftens, die Falschinformationen verbreitet. Dann steht da auch noch einiges an Blabla, warum sie doch so toll ist und dass sie diesen Web-Videospiel, keine Ahnung. Keine dieser Eigenschaften trifft zu, weshalb hierin zudem eine rechtswidrige Falschbehauptung zu sehen ist. Unsere Mandantin steht für offenen Diskurs und faires Verhalten. Andernfalls hätte sie beispielsweise den deutschen Computerspielpreis überhaupt nicht erst erhalten. Das steht da drinnen? Das steht da drinnen? Unsere Mandantin steht für offenen Diskurs und faires Verhalten. Andernfalls hätte sie beispielsweise den deutschen Computerspielpreis überhaupt nicht erhalten. So, also, das soll jetzt auch nichts gegen Shoyoka oder sonst was sein, aber halt, hä, wie kann man sowas schreiben? Das hat absolut gar keine Sinnhaftigkeit. So, ja, na klar lässt Shoyoka anderer Meinung zu, weil sie hat einen Computerspielpreis erhalten. Boah, so einer. Boah, so einer. Okay. Wie das Ding heißt, Award gewonnen hat. Ich weiß nicht, was das in einer Abmahnung zu tun hat. Nein, es macht Sinn. Es macht schon Sinn, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst. ... hat normalerweise, schreiben das Anwälte nicht hinein. Jedenfalls wird sie da in irgendeiner Weise so mit aller möglichen Text, wird sie da gelobt und warum Toxisch doch so böse ist. Das ist aber alles, es ist wirklich alles sehr, sehr viel bla bla. Hier steht zum Beispiel drinnen, mit großem Interesse hat sie die unter anderem von ihnen prominent geführte Debatte über ihren Preis als Spielerin des Jahres verfolgt. Die geäußerte Meinung, auch wenn sie diese nicht teilt, sind Teil des Geschäfts und wurde in keinem der Fälle durch die Mandantin unterbunden oder gar nicht zugelassen. Ja, so, es wäre ja noch schöner. Abgesehen davon, dass dies bereits rechtlich schon nicht möglich wäre, ja, das... Warum schreiben sie das dann rein? Ja, übrigens, Computerspielpreis, das hat sie gesehen, das war, das fand sie in Ordnung. Sie wollte es auch gar nicht abmalen, aber nur zur Info, das wäre auch überhaupt nicht möglich, gell? Ja, okay, spart euch einfach die Computer, äh, die Druckertinte. Sie als Erwiderung, sie würde keine andere Meinung zulassen, ja, aber diese Erwiderung ist nun wirklich, ja, ich weiß gar nicht, ich habe in 25 Jahren auch rechtliche Erfahrungen, ich habe sehr, sehr viel mit Zivilrecht zu tun gehabt in meinen letzten 20, 25 Jahren, auch als ich geschäftlich tätig war im IT-Bereich. Da waren irgendwie auch, 99 Prozent der Fälle, die ich auf dem Tisch hatte, waren so Zivilrecht, viel Wettbewerbsrecht natürlich, aber auch einiges an Äußerungsrecht. Oder dieses T-Shirt. Da wird auch Rufmord auf einmal gleichgesetzt mit dem 186, 187 StGB, das ist also die üble Nachrede und die Verleumdung, aber das ist ja im Volksmund auch etwas anderes. Das wird sehr, sehr schwer, das durchzusetzen und da sagt auch noch der Anwalt, ja, sie sei ja besonders positiv aktiv, sonst hätte sie diesen Preis ja nicht gewonnen. Sehr irritierend. Ich finde es auch, äh, also, also jetzt nicht so, so, so Ding, ich finde es, äh, okay, ich sage jetzt mal, ich sage jetzt mal nichts dazu, vielleicht kommt da ja noch was, aber, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, ähm, ich dachte, dass KuchenTV heftigere Äußerungen so getroffen hat. Weil ich denke mir schon so oft so, wenn ich so ein Video mache, dann bin ich immer sehr vorsichtig bei meiner Wortwahl, weil grundsätzlich, du kannst ja jeden erstmal so abmahnen, da ist, weißt du, so wie jetzt die Abmahnung, ob das jetzt eine Sinnhaftigkeit hat oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, aber du kannst ja mal jeden abmahnen, aber du möchtest natürlich der anderen Partei so wenig wie möglich Angriffsfläche geben. Und wenn halt irgendwer jetzt einen Blödsinn macht und du sagst, jo, du hast einen Blödsinn gemacht, dann reicht das im Grunde schon aus, dann musst du halt nicht noch sagen, so, ja, hier, du bist ein Vollidiot oder so, weißt du, was ich meine? Weil dann wirst du halt abgemahnt und dann bist halt du der, du der Idiot. Äh, aber halt grundsätzlich KuchenTV, der haut ja manchmal, äh, auch heftigere Sachen raus. Na, also bis, bis hierhin kann ich mir vorstellen, dass das, äh, recht schwierig wird, ja? Keine Ahnung. Normalerweise ist das, ist das so eine klassische Abmahnung, wo man sagt, okay, die nehme ich jetzt und ab in den Mülleimer. Sagt, das war's. Das war jetzt die Originale übrigens. Das ist, das, äh, ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sage. KuchenTV wollte es eigentlich unterschreiben, aber der Tobias Such hat es einfach zerriesen, oder? Bevor ich jetzt auf die Erwiderung der KuchenTV-Anwälte zu sprechen komme, muss ich aber mal so eine Bemerkung da lassen. Ich glaube, der Freundeskreis von Shuyoka, also von Pia, sollte vielleicht mal ehrlich mit ihr umgehen und sie nicht in irgendwelche Streitigkeiten reinhetzen. So, ich hab so den Eindruck, dass sie derzeit wild um sich schlägt, auch absolut irrational und die Anwälte sie auch nicht unter Kontrolle haben. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Shuyoka, aus einer externen Sicht jetzt, ja, dass Shuyoka sehr irgendwo so in eine Ecke gestellt wurde, also jetzt im metaphorischen Sinn, jetzt nicht hier, keine Ahnung, hier Falschinformationen oder sonst was, das weiß ich nicht. Wie gesagt, das müsste ein Richter beurteilen oder so. Aber, dass sie sich so ein bisschen in so einer Sackgasse wiederfindet und dass aber halt ihre Freunde um sie herum halt sagen, yo, du musst es quasi, kann ich mir vorstellen, ich weiß natürlich nicht, aber kann ich mir vorstellen, dass sie sagen, yo, hier, du musst es quasi durchziehen, damit wir ein Zeichen setzen, so. Da ist halt gerade mega viel, vor allem mediale Aufmerksamkeit drauf. Und so, wenn Shuyoka jetzt so als Siegerin aus der Sache rauskommen würde, das wäre ein heftiges W für die ganze, ich sage jetzt mal Bubble, was ja auch kein blöder Gedanke so ist, ich kann es nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite müsstest du oder solltest du dich mal ein bisschen extern mal damit beschäftigen und so einfach mal zurücktreten und auf die ganze Situation mal draufschauen, yo, was sind die Facts, was für Chancen habe ich, wenn das so und so weitergeht, wie wird das und das verlaufen und was ist dahingehend die beste Entscheidung. Weil selbst wenn sie jetzt die Unterlastungserklärung von Skurrus unterschreibt, dann ist es ja erstmal nichts Schlechtes, sondern sie weicht quasi einfach nur diesem Gerichtsprozess aus. Es würde aber auch nicht bedeuten, dass sie sagt, nein, das ist nie passiert, sondern sie würde einfach sagen, yo, kommt drauf an, was da alles drinsteht. Aber weißt du, was ich meine? Sie würde einfach mal so davon zurücktreten und würde sagen, yo, hier, quasi, leg mal das, setz mal das auf Eis. Und das mit den Anwälten, da glaube ich, dass Shuyoka von sich aus dahin geht. Genauso wie Skurrus Anwalt, Skurrus geht zu seinem Anwalt, sagt, mahnt den ab, Skurrus Anwalt, mahnt den ab. Ob es funktionieren wird, ob es moralisch richtig ist, ob es, keine Ahnung, in irgendeiner Welt auch nur hinhauen könnte oder sonst was, ist dem scheißegal. Skurrus geht hin, sagt, mach das und er macht's. So, er verdient so sein Geld. Jetzt nicht, dass der Anwalt hier einfach nur blind herausschießt oder so, aber so stehe ich mir das vor. Ein wirklich guter Anwalt hat den Mandanten, die Mandantin unter Kontrolle und sagt, hör mal zu, mein Freund, damit hast du keine Chance. Lass den Quatsch, denn das wird nachher ein richtig übler Bumerang. Und dieser Bumerang, den habe ich jetzt hier. Ja, aber dann verdient der Anwalt kein Geld. Aus den neun Seiten unsinnige Abmahnung wurden 20 Seiten Antwort der Kanzlei Höcker. Wohl die beste Kanzlei für Äußerungsrechte in Deutschland. Und da hat auch schon der berühmte Rechtsanwalt Dr. Rosenau, der auch schon im Fall Issam Bayan und im Fall ABK zum Einsatz kam, auch übrigens mein Anwalt ist, hat da schon gut zurück ausgeteilt und hat in jedem einzelnen Punkt erklärt, dass diese Äußerungen nicht verboten werden können, weil sie halt unter die Meinungsfreiheit fallen. Wir sind nämlich hier nicht in so einer allgemeinen Auseinandersetzung, dass man sagt, oh, ich mache jetzt spontan über irgendjemanden, mit dem ich nie was zu tun hatte und der mir nichts getan hat, ein Video, sondern Shoyoka und KuchenTV stehen in einer politischen Auseinandersetzung, in einer, also eigentlich einem politischen Meinungskampf. Und da wird dann auch mit härteren Bandagen gekämpft. Da muss man sich auch mal einiges gefallen lassen. Ich kann es an einem guten Beispiel bringen, zum Beispiel der Comedian, der jetzt eher so in Schwurblerkreisen aktiv ist, Salim Samatou. Der wollte mir verbieten, dass ich nicht mehr sagen solle, er würde gefährliche Fake News verbreiten und er sei gefährlich dumm. Da sah das Landgericht in Hamburg aber doch eine harte Auseinandersetzung und sagte, mein Freund, da hast du gar keine Chance. Daraufhin hat mein Anwalt gesagt, ja gut, dann möchten wir jetzt eine Erklärung von Salim Samatou, dass er dagegen nicht mehr vorgeht. Und ansonsten kommt nämlich folgendes, eine negative Feststellungsklage. Und genau diese wird jetzt, ja, oder jetzt genau diese bedroht jetzt Shoyoka. Okay. Rechtsanwalt Rosenhaus schreibt am Ende, das ist eigentlich... Okay, also wenn du dich da irrst und wenn du quasi irrtümlich so eine Klage raussch... Oder, 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 was war das jetzt, der Abmahnung? Oder so ein Zettelchen rausschickst, so mit Papierflieger, dann kannst du einfach zurückfronten und kannst sagen, aha, du bist... Du kennst dich nicht aus. ...so der kritischste Punkt für sie. Aus den genannten Gründen fordern wir Ihre Mandantin, also Shoyoka, auf, die Berühmung oder Bemühungen, Berühmung hinsichtlich der geltend gemachten Ansprüche, also diese Unterlassungsansprüche, diese fünf Sätze, aufzugeben und auf diese ausdrücklich zu verzichten, sollten Sie oder Ihre Mandantin keine entsprechende Erklärung bis spätestens, Frist, die ist relativ großzügig, schriftlich zu unseren Händen abgegeben haben. So werden wir unserem Mandanten empfehlen, eine negative Feststellungsklage zu erheben. Ja, und das wird teuer. Erst einmal sollte Shoyoka klagen, also Shoyoka, ganz wichtig, hat keine Möglichkeit, eine einstweilige Verfügung zu erwirken, denn die getätigten Äußerungen, die hat sie schon vor Wochen, Monaten zur Kenntnis genommen und bei einer einstweiligen Verfügung läuft die Allbedürftigkeit üblicherweise so in einem Monat ab, in Einzelfällen auch nach sechs Wochen. Aber man sagt eigentlich so, vier Wochen sind so der Richtwert, außer bei Spezialfällen mit den sechs Wochen. Die sind schon lange gerissen. Dementsprechend müsste sie Hauptsache Klage erheben, das wäre auch teuer, denn der Streitwert ist ja bei solchen äußerungsrechtlichen Fällen auf YouTube schnell sehr, sehr hoch. Da sagen wir mal pro Äußerung 5.000 bis 10.000 Euro Streitwert. Bei fünf Fällen sind wir so mit Sicherheit bei 40.000 bis 50.000 Euro Streitwert. Tschüss, da muss ein Raid Shadow Place mit her, gell? Auch bei der negativen Feststellungsklage sehr, sehr übel. Oder ein paar mehr. Denn dann muss sie am Ende natürlich die Anwälte auch von KuchenTV bezahlen. Dann kommt hier das Video, ja, Freunde, ich wurde verklagt von Shuyoka, aber an der Stelle vielen lieben Dank an unseren Partner. Raid. Und ja, bei 50.000 Streitwert, wenn man dann die Rechtsanwaltsgebührenordnung zugrunde legt, da kommt ganz schnell mal in so einem ersten Klageverfahren mit ihren eigenen Anwaltskosten 15.000 sind da mal schnell dabei. 15.000 Kosten. Gut, Shuyoka ist nicht die Ärmste. Aber worum es mir ja eigentlich geht, ist, dass man sie vielleicht mal einfängt. Ich verstehe, dass sie aktuell extrem unter Druck ist und vielleicht diesen Druck so nicht kennt. Da muss man mal Druck vom Kessel lassen. Und das heißt, vielleicht mal ein, zwei Wochen Urlaub und sagen, hey, ich muss mich mal besinnen. Was kann ich äußern? Wie gehe ich vor? Breche ich das hier alles ab? Und das ist auch ein Appell an Personen, die ihr wirklich nahestehen. Personen wie zum Beispiel Freiraumreh. Breche, die leider jetzt noch Öl ins Feuer reingegossen hat mit ihren Streams. Ich weiß nicht, wer diese Personen berät. Und man muss ja auch mal sagen, auch wenn sich diese Gruppe. Ich glaube, in Bezug auf die Aussagen, die Freiraumreh getätigt hat, wurde sie nicht, wenn sie beraten würde, dann nicht besonders gut. Für Queerrechte, Transrechte und so weiter sonst einsetzt. Hier tut ihr diesen Menschen überhaupt keinen Gefallen. Im Fall Scroos ist die Rechtslage relativ klar. Und im Fall KuchenTV, ja gut, erstes Semester Jura reicht dafür. Ein bisschen Erfahrung im Zivilrecht, das reicht dafür. Und ich gehe davon aus, dass der Rechtsanwalt von Shoyoga mit Engelszungen auf sie einredet und sagt, Frau Scholz, bitte lassen Sie das. Das gibt nur Kosten. Sie werden dort mit Pauken und Trompeten verlieren. Ja, das Einzige, was bis jetzt feststeht, ist, dass ich an KuchenTV eine Kiste Bier zuschicken muss. Denn ich hatte in meinem Video, wo ich vermutet habe, dass es eine Fake-Abmahnung ist, gesagt, sollte diese Abmahnung echt sein, dann wette ich eine Kiste Bier dagegen. Ja, Kuchen, sag mir deine Zustelleradresse. By the way, eine witzige Story. Damals, als ich Alpha Kevin das erste Mal getroffen habe, da habe ich ihm ein Puntigama gekauft, ein Bier, ne, aus Österreich. Und dann haben wir uns so getroffen und ich hatte das so im Auto. Und haben wir so gesagt, so, ja, hier, geh mal jetzt, geh mal was essen und so. Und dann habe ich so gesagt, so, ja, und, bestellst du auch ein Bier? Und er so, nein, ich mache kein Bier. Und ich so, perfekt. Dann habe ich es alleine getrunken. Bitter, bitter. Ich lasse, ich lasse dann eine Kiste, was willst du, Spaten oder Corona? Keine Ahnung. Sag mir auf jeden Fall, was du bevorzugst. Wahrscheinlich, ja, Desperados, oder? Und dann geht das hier zu. Ich hoffe, dass sich das noch schnell auflöst, denn auch ein Vielfronten-Krieg kann nicht gut sein für Shuyoka. Und egal, was in den letzten Wochen und Monaten so vorgefallen ist, niemand, aber auch wirklich niemand, auch jemand, der vielleicht einen sehr, sehr dicken Hals hat wie Skrulls und sagt, das, was sie da von sich gegeben hat, geht gar nicht. Das stimmt. Niemand möchte, dass sie kaputt geht. Nein. Das war das Update. Das ist auf jeden Fall nicht ein witziges Video. Also, was heißt witziges Video? Witzig, dass er das einfach hat. Ich glaube, das, was für Shuyoka am besten wäre, ich glaube, wäre, diese Unterlassungserklärung erstmal zu unterschreiben. Vielleicht mal, keine Ahnung, wie er gesagt hat, jetzt Urlaub zu machen. Einmal mal kurz durchzuatmen, weil die Situation ist gerade sowas von angespannt. Und halt mit noch mehr Abmahnungen und noch mehr Gerichtsdrohungen und dies und das von egal welcher Seite macht es das nicht gerade besser. Außerdem, auf der anderen Seite steht KuchenTV und zieht halt die ganze Zeit sein Content raus. Das ist das, was er macht. Das ist das, wovon KuchenTV lebt. Und er hat auch seinen Spaß daran. Deswegen, es wäre gut, sich irgendwie zurückzuziehen und durchzuschnaufen. Und dann kannst du das Ganze ja nochmal Schritt für Schritt überlegen, ob da jetzt noch irgendwie was hinter den Kulissen dazu gerichtlich ablaufen wird oder nicht. Aber so, wie es jetzt gerade steht, mir würde es auch keinen Spaß machen. Vielen Dank.